Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit der Spezialisierung auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte. Neben dessen haben wir auch andere Leistungen, die wir anbieten. Eine davon ist unser Ghostwriter Coaching. Das möchten wir heute einmal etwas genauer vorstellen, weshalb unser heutiges Video heißt Bachelorarbeit Hilfe von GWriters, unser Coaching-Service. Schauen uns einmal an, was bringt euch das Ghostwriter Coaching überhaupt, was beinhaltet ein Coaching-Service von GWriters und wir schauen uns ein paar konkrete Anwendungsbeispiele an und schauen uns an, wann macht so ein Coaching überhaupt Sinn. Starten wir mal mit der ersten Frage, was bringt ein Coaching überhaupt, ein Ghostwriter Coaching? Nun, ihr habt Unterstützung von einem akademischen Experten aus eurem Feld, aus eurem Themenbereich, zu dem ihr wahrscheinlich gerade auch eure Bachelorarbeit schreibt und ihr könnt das etwas vergleichen wie mit Sport. Auf der einen Seite habt ihr Gruppenbeschäftigung und auf der anderen Seite habt ihr einen Personal Trainer. Und einige haben vielleicht diese Erfahrung schon gemacht. Mit einem Personal Trainer habt ihr natürlich einen viel höheren Lerneffekt. Ihr könnt eure persönlichen Kompetenzen viel, viel besser weiterentwickeln in einem 1 zu 1 Coaching mit jemandem, der sich damit auskennt. Ihr könnt euch austauschen und bekommt schon mal erste Tipps und Tricks, die ihr vielleicht sonst nicht hättet und Erfahrungen, die ihr selber machen müsstet, so aber eben nicht machen braucht und spart euch dadurch natürlich auch eine Menge Zeit und Nerven. Ihr bekommt neue Perspektiven. Ihr habt die Möglichkeit dadurch, dass jemand zusammen mit euch über euer Thema drüber schaut oder über die Probleme, die ihr gerade habt, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel nochmal bekommt. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei und gerade wenn es sich um einen akademischen Experten, um einen Ghostwriter Coaching handelt, dann bekommt ihr natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Natürlich sollt ihr eure eigenen Ideen weiterentwickeln. Also es geht nicht darum, dass euch jemand einfach irgendwas vorsagt und ihr übernehmt das, sondern tatsächlich sollt ihr wirklich einen konkreten Lerneffekt haben. Ihr sollt eigene Ideen weiterentwickeln und eben Ansatzpunkte finden, um euer konkretes Problem zu lösen und könnt so mit einer anderen Person, eben mit einem Spezialisten einen gemeinsamen Plan zum weiteren Vorgehen entwickeln. Was beinhaltet der Ghostwriter Coaching Service von Gwriters? Nun, ihr habt Kontakt zu einem Experten, wie gesagt, aus eurem Fachbereich. Wir suchen euch auch hier, wie bei den wissenschaftlichen Textern, suchen wir euch natürlich auch einen Coach raus, der wirklich nur zu eurem Bereich passt. Wenn ihr wollt, ist natürlich auch die Anonymität gewährleistet. Wir bieten verschiedenste Kommunikationskanäle an für das Coaching. Sprecht uns am besten einfach darauf an. Weiterhin habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Bachelorarbeit aufzuwerten und zu verbessern durch einen Coach. Also nicht nur, wenn ein konkretes Problem vorliegt, sondern wenn ihr auch sagt, ich möchte dem Ganzen einfach nochmal den letzten Feinschliff verpassen, dann können wir euch einen Coach zur Seite stellen, der euch eben genau dabei hilft. Weiterhin ist es natürlich eine individuelle Hilfe, die bei euch eben bei der Bachelorarbeit, bei der Masterarbeit eben zu Pass kommt und genau auf euch zugeschnitten ist und damit erhaltet ihr auch genau die Beratung, die ihr braucht nach dem ökonomischen Prinzip. Das heißt, ihr bekommt maximalen Output für minimale Zeitverschwendung und ich glaube, das ist im Interesse von allen von euch. Wann macht ein Coaching Sinn? Wir schauen uns jetzt mal ein paar Anwendungsbeispiele an. Wir haben hier zum Beispiel die Bachelorarbeit Hilfe bei der Themenfindung an sich. Also wenn ihr da schon so ein bisschen ins Wanken kommt und nicht genau wisst, welches Thema soll ich jetzt für meine Bachelorarbeit nehmen? Was ist auch gut zu bearbeiten? Wozu finde ich genügend Materialien und so weiter? Könnte euch ein Coach natürlich massig Zeit und Nerven sparen. Also bei der Themenfindung haben wir die passenden Leute für euch. Weiterhin eben bekommt ihr auch Unterstützung während der Schreibphase. Das nennen wir dann das sogenannte begleitete Schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig sogar für viele Kunden, die wir bereits haben für das Coaching, die leider keinen Ansprechpartner an der Uni haben, zumindest keinen Konstanten, weil der Professor immer unterwegs ist, weil er keine Zeit hat. Und hier habt ihr eben dann einen Ansprechpartner, den ihr konkret für kleinere oder auch größere Probleme während der Schreibphase immer wieder kontaktieren könnt und der euch eben beim Schreiben begleitet. Weiterhin habt ihr natürlich die Möglichkeit, einen Coach zu beauftragen für auch nur ein, zwei Stunden, wenn ihr eine Schreibblockade habt. Wir haben schon mal ein anderes Video zu Schreibblockaden gemacht. Das verlinken wir euch natürlich auch gerne mit konkreten Tipps und Tricks. Allerdings hilft manchmal kein Haushaltstrick mehr. Da muss einfach ein Spezialist mit euch ran und schauen, was genau ist eigentlich das Problem, um eine Schreibblockade dann auch gezielt auflösen zu können. Weiterhin kann es natürlich auch sein, dass ihr Probleme habt mit eurem Bachelorarbeitbetreuer und das vielleicht auch ein Grund ist, warum ihr keine richtige Gesprächsgrundlage findet, um weiter an der Bachelorarbeit fruchtbar gemeinsam zu arbeiten. Manchmal hilft es dort auch, einen Coach zu beauftragen, der euch dann mit Rat und Tat zur Seite steht und euch auch vielleicht darauf hinweist, was denn jetzt genau das Problem von eurem Professor ist. Wir haben ganz viele Kunden, die kommen zu uns und sagen, mein Professor kümmert sich nicht, der will gar nicht mit mir zusammenarbeiten. Manchmal hilft es einfach, ein bis zwei Stunden mit dem Coach zu verbringen und nochmal die andere Seite zu hören, also von jemandem, der selber auch vielleicht als Professor gearbeitet hat oder eben entsprechende Erfahrungen mitbringt und euch dann sagen kann, wo es genau gehapert hat. So habt ihr dann auch in der Regel eine ganz andere Gesprächsgrundlage und viele Probleme mit dem Bachelorarbeitbetreuer lassen sich so auch lösen. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Thema eben einmal etwas näher bringen und freue mich, dass ihr auch wieder zugeschaut habt und unser Team freut sich natürlich auf jede Frage, die ihr habt, also ruft einfach an oder schickt uns direkt die Anfrage für euer Bachelorarbeit Coaching.